Im Namen des Wortes, des Sohnes und des Heiligen Geistes. Amen. Gebet um eine gute Sterbestunde. Mein Jesus, der du für mich am Kreuz gelitten und für mich gestorben bist, nimm mein Gebet jetzt an, für die Stunde, in der ich vielleicht nicht mehr beten kann. In Vereinigung mit dir, wenn du drei Stunden lang den Todeskampf erlitten, opfere ich dir meinen Todeskampf auf, sowie die Ängste und Schmerzen meiner letzten Stunde. Gib dann, o guter Jesus, dass meine Seele dank deiner unendlichen Verdingste mit deinem kostbaren Blut benetzt werde und der letzte Akt meines Lebens ein Akt der Ergebung und der reinen Liebe sei. Ich verabscheue alle Sünde meines Lebens und will dich aus ganzem Herzen lieben. Nur auf dich und auf deinen himmlischen Vater setze ich mein ganzes Vertrauen. Ich hoffe, durch dein Leiden und Sterben die Gnade der ewigen Seligkeit zu erlangen. Vereinige, mein liebster Jesus, das Opfer meines Lebens mit deinem unendlichen Opfer. Jesus, du bist die Zuflucht der Sünde. Sei auch meine Zuflucht und schenke mir Barmherzigkeit. Liebe Mutter Gottes, öffne auch du dein mütterliches Herz und nimm mich auf in deinen allvermögenden Schutz. Liebste Mutter mein, ich lade dich zu meiner Sterbestunde ein. Dein Angesicht, o Mutter der Barmherzigkeit, leuchte mir in meiner letzten Stunde. Heiliger Vater Josef, heiliger Michael, heiliger Gabriel, heiliger Raphael, bittet für uns. Amen. Amen.